Hallo Leute, ich hoffe euch geht's gut, mir auf jeden Fall es freut mich, dass ihr dabei seid und ich kann es fremden. Also ich mache die neue Welt, ich weiß nicht, was heute mit meiner Sprache los ist, ich mache die nur, weil ich euch was zeigen möchte und so möchte ich euch den Minecraft Team Command erklären, da ich ja vor kurzem den Scoreboard Command gemacht hatte und ja, das hängt am Ende relativ interessant mit dem Team Command zusammen und für alle Seed-Enthusiasten, das ist nicht dieser Welt, könnt ihr euch gerne abschreiben, so. Aber was ist überhaupt ein Team Command, was ist das Team? Ich weiß gar nicht, seit wann es so ist, ich glaube seit der 1.13 ist es so, dass es slash Team gibt, vorher gab es nur slash Scoreboard und wenn wir in den letzten Folge aufgepasst haben, weiß was da kommt, slash Scoreboard, Objectives, Playoffs und Team. Seit der 1.13 gibt's halt den Team Command extra und ich möchte euch heute erklären, was man mit dem Team Command machen kann, was man vielleicht so grob im Zusammenhang auch mit dem Scoreboard Command machen kann. Also, um Team Command nutzen zu können, müssen natürlich erstmal ein Team erstellen, das geht mit Team. Logisch, ne? Add, empty, join, leave, list, modify und remove. Wir enden natürlich erstmal eins und das nennen wir jetzt Hallo. Und wenn ihr nicht wundert, ihr könnt ihr hinten ein Display name eingeben und wenn ihr ich wundert, äh, ich kann nichts reinschreiben, hat den Grund, dass das Satellis hat in einer, weiß ganz viel, die Schrift nennt sich in so einer Art Jason Schrift sein muss. Und dann müsst ihr halt zwischen Anführungszeichen, die ihr mit, ähm, Shift und 2 machen. Da könnt ihr zum Beispiel Hallo, Halli, Halb eingeben. Ihr seht, Credit Team Halb. So, und wenn ich jetzt dem Team Halb join, um das zu zeigen, Team Join, Hallo. Hier seht ihr Edit Team Halb. Also sprich, da wird der, hier im Chat wird der Name angezeigt, also hier Hallo. Genau. Und jetzt aber es geht, eigentlich interessant ist das Team Modify Zeug. Team Modify. Jetzt können wir alle Teams, ihr könnt, ich weiß nicht, was für Teams gemacht, ihr könnt da alles nehmen. Ihr habt eine Collision Rule, also sprich Koalitionsregel. Ihr könnt Always, Never, Push Other Teams, Push Own Team. Also sprich, ihr kennt das ja, wenn ihr Minecraft ohne, ohne Teams spielt und nicht auf einem Server, sondern auf einem Privaten Server, wo ihr keine Plugins, nichts habt, dann stoßt ihr euch ab. Wie bei Entitäten. Damit könnt ihr einstellen, wenn jemand in Team Hallo ist, pusht ihr den anderen immer, pusht ihr ihn nie, pusht ihr nur andere Teams oder pusht ihr nur sein eigenes Team. Ich sag dir jetzt Never. Aber müsst aufpassen, jetzt stoßt ihr aber auch keine Mine Cards mehr ab. Also sprich, es bringt euch nicht. Sein ist in allem selben Team. Guck mal, jetzt kann ich einfach durch dieses Schwein hier durchlaufen, ich kann jetzt auch keine Minecraft mehr anstoßen. Ich kann einfach problemlos hier durchlaufen. Nächster Punkt ist Color. Jetzt könnt ihr die Farbe des Teams wählen und jetzt habt ihr hier Einstellungsmöglichkeiten. Jetzt könnt ihr die noch reset, das wollen wir nicht. Ich nehme jetzt mal Dark Red. Bevor ich das mache, gibt es da noch in Scoreboard Zusammenhang, so ein relativ, ihr seht, das Team ist jetzt ungefähr, jetzt im Scoreboard nämlich, noch einen relativ schönen Zusammenhang. So, Scoreboard, Objectives, Add, Objective, Hallo. So, jetzt seht ihr hier Killed by Team und jetzt kommt die Teamfarbe. Killed by Level, jetzt habt ihr halt noch stehen eine andere Sache, Minecraft broken, bla bla bla. Aber jetzt könnt ihr zum Beispiel sagen, der und der, der von gekillt wird, also der von dem gekillt wird, der kriegt das Team halt den Punkt. So, jetzt können wir das, ihr könnt die Farbe umändern. Das ist doch schon mal schön, ne? Dann haben wir eine Deathmatch Visibility, ganz einfach, wenn ihr sterbe, also das zeigt ihr immer an, zeigt das nicht für andere Teams, zeigt das nicht für das eigene Team an und das zeigt es nie an. Ich gehe auf Never, wenn ich mich jetzt Killer, ich habe jetzt eingestellt, ja. Kill at R, seht ihr? Äh, doch, schade. Achso, ja. Ihr seht, jetzt kommt diese Nachricht nicht im Chat. Glaubt mir einfach, wenn ihr es selber ausprobieren wollt, dann macht's halt, ja. So, jetzt können wir das weiter modifizieren. Display Name heißt einfach, was wir vorhin schon eingestellt haben, mit diesem Halb, das ist der Display Name. Friendly Fire, Name Tag Visibility. Name Tag ist Visibility, das ist ganz interessant, damit könnt ihr halt sagen, dass man eure Name Tag nicht sieht. Präfix. So, Präfix könnt ihr es auch nicht einfach so reinschreiben, sondern ihr müsst wieder in diesen Anführungszeichen schreiben, das könnt ihr Hallo schreiben. Präfix steht vor dem Namen. Ups, ja. Sie war jetzt nicht, äh, ich war, ähm, sieht man nicht, aber es würde jetzt vor eurem Namen stehen, genau das gleiche mit Suffix. Für die hintere Namen stehen, zumindest wenn ihr die Tablets um anzeigen könntet. See Friendly Invisibles, also sie, ja. Das war's aber eigentlich schon, dass es so grob zu Teams zu sagen gibt. Den Rest könnt ihr einfach mal selber ausprobieren. Auf jeden Fall wegmachen könnt ihr das mit, ähm, Remove und bei einer interessante Funktion ist Team MSG. Hallo, wir sehen jetzt alle in eurem Team. Kein anderer. Okay, es freut mich, dass ihr dabei wart, Leute. Bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao!